Musik Hey Leute, hier ist der Kevin von Stargaming und natürlich heiße ich euch herzlich willkommen zu einem erneuten Video von mir. Leute, heute mal ein Live-Kommentary, ich hab's probiert und irgendwie auch so halbwegs geschafft, hoffe ich, dass ich meine Stimme direkt über meine Capture Software von der HDPVR 2 aufnehmen kann. Ich weiß es nicht 100%, ich probiere es einfach mal aus. Wir spielen ein bisschen Call of Duty, Black Ops 2, Liga der Champions, dabei ist der Evolution Smoker. Yo, moin Leute, abholt. Yeah. Und der Black. Ja, moin. Ja, wie gesagt, wir probieren jetzt einfach mal das Live aufzunehmen, also wir haben jetzt kein genaues Thema oder so, das ist einfach nur mal so ein Testvideo, würde ich mal sagen. Wir spielen einfach mal eine Runde Liga der Champions, probieren einfach mal was zu reißen, würde ich sagen, Call outen ein bisschen und wie gesagt, bitte schreibt mir unten in die Kommentare, wie denn die Soundqualität ist, weil ich hab ein Video in YouTube gefunden von so einem amerikanischen YouTuber, der hat das eigentlich ganz gut erklärt, hat auch genau das gleiche Headset wie ich, deswegen sollte das eigentlich alles so funktionieren, aber bei ihm hat es nicht gerauscht und bei mir hat es beim ersten Test gerauscht und ich weiß nicht wieso. Aber, sei's drum, Wir schauen einfach mal, wie es läuft und, jo, ab geht's, ne? Ja, und das wird schwitzerig, aber richtig, Alter. Ja, viermal schwindet ja sowieso, fettes Kind. Knauze, Alter. Und das kleine Überraschung haben wir auch für euch danach, ein klassen Setup, da jetzt putzt der Kevin zu der einigermaßen gescheite Waffe, weil ich geh habe mit Schalldämpfer und so, aber erzählen wir euch dann auch, ja. Ja, dazu kommt bestimmt irgendwann noch mal ein anderes Live-Kommentary, wenn das alles so funktionieren sollte, dann schwitzen wir ein bisschen in public hier, so, ne? Die Ziele räumen! Wo ist unser vierter Mann? Wo ist unser vierter Mann? Was macht ihr denn? Was, aber warum? Alter, ne? Da, 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 oh, 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 oh. Ist das, 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 oh, 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 oh. Er steht und wir haben aber verkackt. Echt, ich bin da mit Gletsch, ne? Ja, wir haben aber auch nur ein, merger, aber auch mal raus, aus vier, aus vier, ausgangs. Einfach, wei, 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 wei. Toil-room und. Alter, wir spielen mit schnell, wir spielen mit, ähm, Ding. die Gende so nötig und da haben wir verloren konzentrieren und erquittet wahrscheinlich oder der Tepp mein Gedanke und egal kommen wir mit drei haben die jetzt aber dass sie uns als ich schon sagte er aus jetzt wird es schon um alles erstellte bis ab und bleibt es mit der auch aus der Beschädigung Es wird geschwitzt Doch mach ma Fack dann gleich woher die kommen B kommt was Bei A höre ich auch was B kommt 100%ig was Bei der Mitte wo es runter geht steht ein Trophy Hab ich, mach der Hombé liegt bei A in der Mitte Oben bei mir im Haus einer Oh ja unten bei B unten bei B Das ist gefährlich Das ist ja keine Snipeklassen bitte Keine Snipeklassen nicht zu dritt Kannst du dich mal kurz konzentrieren Die Zeit ist fast auf Oh der ist auch drinnen Hinter dir Schau mal hinter dir Wer hört den schon? Ohhhh Jetzt bereit machen für die nächste Runde Hast du geschwitzt? Da hast du geschwitzt? Da hast du geschwitzt? Ja die Schweißflecken laufen mir schon runter Sehr klar Alter Junge ich merke schon das ist in deinem eigenen Ruhe Ja Achja Ja das war eine von sechs Jungs ne So Gehen wir A zusammen? Ja können wir machen Können deine Abonnenten und Zuschauer Ja Da hab ich big mit schwitzen hier Ja ja Live am schwitzen wird das genannt Junge Ja Live am schwitzen Einer A Einer A Rechts links sind beide Linkseite linkseite einer Ah ok Das bringt dir nichts Das bringt dir nichts Glaub mir Doch der kommt raus Sehr schön Einer noch A Und 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 Hinter mir ist einer unten Ja und Mitte Oh was Rechts unten beim Band war der hinten Wir haben die Bombe Ah die gehen A in GB Ja lass ihn lass ihn Somo Auf den Zeitplan achten Ja der will zu dir runterschwitzen Eigentlich musst du planen oder? Oder willst du auf Streak? Geh lieber auf Streak Was? Wie hat er das gemacht? Connection Wie hat er das bitte schon gemacht? Keine Ahnung guck mal der hat einen Franzosenanblick Das sieht man einfach was Connection ausmacht Jungen! Was? Connection! Ja 100er Prezi 100er Prezi bringt nichts mehr Du hast den 100er Prezi Die letzten zwei Mal unterlesen Aber trotzdem alter Ja der hatte im Nosekop schon die Elfte war fast Das Ziel verteidigt Ja Jungs kommt Schwitzen wir halt nochmal Ja wir schwitzen halt Wir machen ja schon Schwitzen Jungen Ja Es ist unbedingt ein Zensky Jo einer kommt wahrscheinlich mit Einer B Oben auf dem Podest Ich wollte Jo mittel ist was Ich schwitze mal weg Ich schwitze mal weg Jungen einer will zu mir schwitzen Unten in der Mitte Hab einen Einer war noch bei B irgendwo ne B 1 ist top Kann das jemand gucken Ja Sehr schön Das ist der last Nice Ja nice Alle gefickt Bereit machen wir die nächste Runde Das war der Shit Das schaffen wir Das schaffen wir Kommt Also sind die Top Master wie man es sieht Als wenn wir das schaffen Jungs Du kannst auf jeden Fall ein Kevin Like da lassen Auf jeden Fall Und die Marcelen Dissler Seitenwechsel Du hast gar keinen Kanal Du hast gar keinen Kanal Du hast gar keinen Kanal Wenn den Channel hätte gerne Bist du eigentlich noch bei Evolution Ziel Neutralisieren Ne bin ich nicht Ne Geben wir A an Komm wir schwitzen nochmal zu A Da müssen wir nochmal checken Dann gehen wir wieder zu A Und laufen dann wieder außen rum Weil wir zu dumm sind Aber können wir auch keine machen Ja A Da ist einer da ist einer Ja geh weg Geh weg Ja beide Seiten Ja komm die kommen jetzt raus Ich schwitze sie an wenn sie kommen Da ist einer da ist einer Der läuft zu B Lauf zu B Ich halte Ich warte da Ich werde ausschauen Hast du ihn oder schwitze Schwitze dahinter Hast du den oben in der Mitte Ne ne den hab ich nicht Ich habe sie gesagt Ich habe sie gesagt Ich habe sie gesagt Ich habe mir gedacht du meinst stehen hier Ja psch 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 Der geht B Gb Gb Junge Geh wieder zur Bombe Jetzt schwitze nochmal weg Er muss jetzt Er muss jetzt Ja das schafft er nicht Egal das schafft er nicht Easy Schön Schön Nicht wieder runterspringen Aber der ist ja blöd Gb Gb Digger würde ich ja auch nicht Alter Du bekommst seine Punkte eh nicht Du bekommst seine Punkte eh nicht Ja schon aber Ich würd's gar nicht auf Scoreboard zulassen Alter Die nächste Runde Irgendwo was ist denn du bist kein M8 Spieler Da können wir wiegen überhören Und da ist jetzt kam er Und tot Den hab ich gemeint Ich hab nur vergessen hinten von unserem Tor Suchen Und zerstören So wir machen wie eben ne B, A, Mitte Die Ziele verteidigen Aber nicht die gleichen Wege unbedingt Nicht genau die gleichen Wege Aber so in die Richtung halt Ja vorn zu A Sicher? Bei Mitte ist definitiv einer Bei A nade gehört Einer B Einer B I'm weak Einer ist Mitte irgendwo beim Haus Papa Ich hör den Schwitzer alter Ich bin bei der an Spawn alter hier ist nix Ich schwitze einfach ich hab B Geil egal egal schwitze nicht Die Missionszeit ist fast um Schneller Jo einer kommt äh mitte 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 Hier den hast du der zwiegt noch Sehr schön Perfekt perfekt Bereit machen für die nächste Runde Gut gemacht Junge alter Eben ne Eben war so richtig schlimm alter Ich spiel so ne Äh Fenster ist halt offen ne Und vor allem da sitzt so ne Hummler an meinem Bein alter Ich dachte das ist ne Wespe alter Ich bin da aufgesprungen mit dem Spiel Und das hätte man sehen Alter Ich dachte so hä Ich denk so hä Was ist das Kistelt denn so am Bein ne Guckst du alter so ne fette Hummel alter Oh mein Gott Ziel ausschalten Die Ladungen erlangt Ich hab mich wieder hingesetzt Weil die machen ja nix Die beißen nur Also die können beißen Tuns aber nicht Richtig asie alter Ah tolle tolle nade kevin tolle nade Geh zurück Direkt B Jetzt will mein PC irgendwas mit Utilities bla bla Lado die hinten rum Der kommt ganz hinten rum alter Deine Hitling Skorpion man Eine klettert hoch Eine klettert hoch Eine klettert hoch Mier Ja du Du bist allein Beende die Mission Ja Wir haben die Bombe Die Zeit ist fast um Die Zeit ist fast um Oh Diese Runde haben wir Konzentrieren Hatschütz machen Ne ich hab ihn gehört Alter Guck mal da Guck mal da hab ich auch schon geschossen gehabt ne Jetzt wo ich mich umdrehe Das sieht man gar nicht mit euch Darf ich schon 3 Schuss abgeben alter Dieser Sense Die kannst ich eh vergessen Der Also entweder hat der was an Oder ich versteh ihn einfach nicht Ne Der ist echt nicht schlecht Der ist echt nicht schlecht Aber Kein Plan Wie das Ziel Ja aber such nur zerstören Such nur zerstören Das ist einfach nur Timelack Oder Wie man sieht Einfach nur Glück Heimlack Er ist gut Aber er hat auch Glück ohne Ende Dann ich sag jetzt nichts mehr Einer ist in der Control Room Entschuld Einer ist in der Mitte Einer ist in der Mitte Jo bin down Er gibt mir von MP7 Minuten I'm down Marcel guckst du B Oder A B B B Ne Muss ich irgendwie hinten rum rotieren Oder so Marcel mach dich jetzt nicht irre alter Der ist bar glaub ich Die Missionszeit ist fast um Schneller Der eine noch Und das ist der Sensepiel Bombe online Nein Weggeschwitzt Jaa Nett 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 Mit du Wer hat mehr Punkte mit Leck Ich oder ja Du 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 Jaa Bombe offline Guck Guck Für die nächste Runde Eine Runde noch gewinnen Guckst du dir an Junge da Da hab ich jetzt Hä Ja du euch auch lauter Teilenblatt in dem Spielkast geh Auf so bissle In dem jetzt übel ja Jaa Ich wusste er konnte entweder zu mir laufen oder hinten runter Wir suchen und zerstören Äh hätte ich auch hinlegen können aber dann hab ich nicht gedacht Ich geh nach so'n M Lass B Lass B Da musst du auf so'n Schild drauf In der Mitte und dann kannst du komplett auf A schauen Okay Wir kommen wir gehen mal B Ja den wollte ich nutzen aber Aber A ist nix irgendwie Die ganze Zeit Einer läuft Mitte Mitte down Noch einer noch einer Sehr schön jetzt planen jetzt planen jetzt planen ich Mal einer Ja Ich decke unten Ich decke unten Ich decke der einen Spawn-up Ah oben Top 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 Turbine Turbine Den Bomben Hast du Marcel Keine Oh Schiss Ja ich wollte schon sagen er drückt uns keine Aze Ja Leute ähm wie gesagt Das war unser erstes Spiel Ist ja eigentlich mal einer noch gequittet Ja das war unser erstes äh Live Commentary Live Gameplay wie man es nennen will Ähm ich hoffe es hat euch gefallen Und äh ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten Mal ne Haut rein